Wir sind nirgends. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bin ich mit den Jungs Manu und Nico. Wir werden jetzt was cooles aufnehmen und zwar nehmen wir auf, wer bin ich? Wir haben eine FIFA-Karte, also wir müssen nicht die FIFA-Karte ganz genau, sondern den Spieler erraten. Und per Jahr darf man weiter raten, wenn es nein ist, dann ist der nächste Rat. Ich würde sagen, wir beginnen. Wer mag beginnen? Nico ist der ältere. Spiele ich in der Premier League? Nein. Bin ich Offensivspieler? Nein. Spiele ich in den Top 5 Ligen? Nein. Laut Ranking sind wir nicht. Ich zähle die Ligen auf. Premier League, Bulli, La Liga, Serie A, Liga. Dann spielst du in den Top 5 Ligen. Ja, dann ja. Okay. Dann darf ich weiter. Spiele ich in der Bundesliga? Nein. Okay, jetzt musst du überlegen. Ihr könnt doch ruhig laut denken so. Okay. Spiele ich in der Bundesliga? Nein. Mann. Ja. Also ich bin kein Offensivspieler. Das heißt, ich könnte aber auch noch sagen. Bin ich Verteidiger? Ja. Ja. Spiele ich in der Premier League? Nein. Nein. Okay, spiele ich in der Liga? Ja. Spiele ich in den Top 3 Klubs? Ja. Spiele ich für Paris? Ja. Okay, bin ich Offensivspieler? Ja. Ja. Ähm, bin ich Frühlingsspieler? Schwierig zu sagen. Schon? Ja. Ja. Nein, wenn ihr sagt nein. Ja, ich sag, du kannst auch noch weiter fahren, aber es ist schwer eine Antwort darauf zu geben. Dann sage ich, ich bin Europäer? Nein. Nein, okay. Spiele ich in der Liga? Ja. Nein. Nein. Wir sind nirgends. Ähm, spiele ich in den Top 5 Ligen? Ja. Ähm, wie muss die Liga ausfinden? Spiele ich in Spanien? Nein. Bin ich Südamerikaner? Ja. Spiele ich für Argentinien? Ja. Bin ich Icardi? Nein. Wow. Also? Okay, fangen wir bei mir anders an. Spiele ich in den Top 5 Ligen? Ähm, ja. Okay, spiele ich in Spanien? Ja. Ja? Das Risiko gehen. Spiele ich für Real Madrid? Nein. Gut fragen, Jungs, gut fragen. Wird es jetzt besser fahren? Spiele ich in Deutschland? Nein. Nein. Spiele ich nicht die Maria? Ja. Nein. 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 Spiele ich für einen der Top 3 Vereine in Spanien? Also Real, Barca, Atletico. Ja. Ja. Bin ich Spanier? Nein. Spiele ich in Italien oder Frankreich? Ja. Ja, eins von beiden. Ja. Spiele ich in Italien? Ja, das geht jetzt einfach. Spiele ich in Italien? Ja. Das war ja klar. Ähm, bin ich Messi? Ja. Aber warum fragst du Messi als Leicester? Ja. Weil ich dachte, dass es zu offensichtlich ist. Ja. Ja. Messi ist Nummer eins. Musst du alles erst fragen. Ja. 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 Spiele ich für Barcelona? Ja. Bin ich Offensivspieler? Nein. Ich habe vorhin Italien gefragt, ne? Dann spiele ich in Frankreich. Ja. Spiele ich für die Top 3 Clubs in Frankreich? Ja. Spiele ich für Paris? Ja. Bin ich Innenverteidiger? Ja. Bin ich Brasilianer? Nein. Nein. Bin ich Abwehrspieler? Ja. Bin ich Innenverteidiger? Nein. Bin ich Franzose? Nein. 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 Bin ich Linksverteidiger? Nein. Ich bin Sergio Ramos. Ja. Ich bin Sergio Ramos. Ja. Ja. Ich bin Daniel Albers. Ja. Schade. Einen hinterher. Also Leute, ich habe gewonnen mit Messi. Ich dachte, das Offensichtliche ist manchmal das Unoffensichtliche. Deshalb, ich dachte, es ist Ikadi oder so. Ikadi, die Maria. Dankeschön Jungs. Kanji, Schulz. Dankeschön. Und ja Leute, haut rein, lasst Like da, Abo da. Macht's gut.